Herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Heute sind wir in der Stadttage Offenbach. Wir haben die Besichtigung für die Veranstaltung, die wahrscheinlich im April stattfinden wird. Ich nehme euch heute mit. Wir gehen heute auch zusammen essen und wir werden einen coolen Tag zusammen haben. Das ist schon geil, aber wenn der Ring in der Mitte ist? Naja. Hat was, hat was, hat was. Hast du dich schon daran gewöhnt an das Teil? Ja, hab ich, hab ich. Habt ihr es auch? Ja, gell? Ne, ne, ne. Ihr habt es über Dings, über Kamera, gell? Ja, genau. Okay, sehr geil. Ich kann mich auch selbst verstehen. Ich bin der Michael Bait aus Keiß-Laudern, bin auch Profi-Boxer. Ich bin aktuell Deutscher Meister in meiner Gewichtsklasse, im größeren Gewicht. Zehn Kämpfe, zehn Siege, neun K.O.s. und ja, sozusagen ist immer Team. Genau, richtig, ja. Das ist zu meiner Person. Über mich kennt ihr schon, ich wüsste, wer ich bin. Richtig. Sunny Boy. Schwiegermutter-Skrieg. Ja gut, du bist jetzt auch nicht unstyigig, gell? Ja, ja. Aber du bist immer, immer gestern. Ich hab ja noch nie, immer mit Brille, immer schicke... Und die nächste Boxen, wie hier in der Stadthalle, hoffentlich. Das heißt, 21? Ich bin 21, ja. Ich hab gedacht, 23? Ne, ne, 21. Alter, da komm ich mir vor wie so ein alter Hase. 30. Ey, du bist reich geworden, gell? Ja, ja. Alles Gute Nacht, Richtig. Dankeschön. Gerne. Aber sei ehrlich, ich hab mich gut gehalten, oder? Ja, hundertprozentig. Ja, safe. Und auch hier drin. Safe, safe. Ich kann erwachsen sein, aber ich kann auch voll kindlich sein. Das ist aber wichtig, das ist wichtig. Der winkt mich nur weg. Boah, aber das ist bei mir auch so. Boah. Das ist bei mir Katastrophe. Ich geh raus, ich will mir was mitnehmen. Meine Hausschüsse, ich mach Tür zu, ich vergesse Hausschüsse. Irgendwo so, Alter. Mir ist auch immer so. Ich hab Handy in der Hand und such mein Handy. Solche Sachen. Aber ich glaub, das kommt manchmal durchs Bock. Ja, zu viel Schläge. Ja, Mann. Boah, aber die Halle ist schon geil, gell? Wenn du die voll machst, Ringe in der Mitte, ist schon krass. Brutal. 2.100 Leute passen hier rein. Wenn du jetzt 2.100 Leute drin hast, ist schon geil. Stimmung, brutal. Das ist auch nice. Hoffentlich klappt das alles. Das ist die Frage aller Fragen, ne? Aber kriegen wir hin. Hier ist ja dann der Haupteingang. Das wird ja dann so die Bar mäßig. Ich war hier damals, hier war immer so ein, wie heißt es, so ein Markt. Wie so Krimsch-Kramschmarkt, weißt du, wo die so Sachen selber gemacht haben. Da war ich als Kind immer, bin ich mit meiner Mutter immer hingegangen. Und jetzt boxe ich wahrscheinlich hier, das ist schon krass. Da vorne ist die Garderobe und der VIP-Raum. Das ist auch ganz cool. Wir dürfen hier aber nur bis 22 Uhr laut sein. Weil da sind Anwohner und dann meckern die rum. Laut sein, verboten. Um 22 Uhr, sonst rufe ich die Polizei. Haha, schau. Mit der Couch ist sehr geil. Ja, ja. Ich bin ja wirklich immer. Ehrlich? Ich bin am Chillen. Ich geh Musik rein und einfach entspannt. Ich hab auch R&B-Music, hab ich immer an und dann leg ich mich immer hin. Ja, das ist top, gell. Aber meistens muss ich mir irgendwelche Stühle zurechnen. Ja, das ist brutal. Ja, das ist halt professionell hier, weißt du, meine Starttage. Das ist jetzt nicht irgendwie so kleine Veranstaltungen. Das hat schon was Geiges. Ich bin grad beim Jovo in Mühlheim. Hier ist wirklich das beste Eschen. Das kann ich nur empfehlen. Die Leute, kommt alles vorbei. Nudeln brutal, Vorspeise brutal. Dass Stefano ihm gehört ist. Und der Partner. Ich richte an euch folgende Worte. Nehmt keine Kondome, habt Spaß. Weil Kondome sind scheiße. Das kann man noch nicht drin lassen. Na gut, okay. Logisch musst du das drin lassen. Das ist eine alternde Gesellschaft. Ja? Okay. Ich hab nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen. Ja. Ja. Oder? Stehst du auf dem Bach? Aber du, nimm's ab heut'n Verdun. Sag ich dir Lukas. Ich mach sowas nicht. Warum fällt das dann nicht die Nudel runter? Vom Leib? Ich hab generell so. Ich mach sowas nicht. Ich weiß nicht. Frauen und so. Ich halte mich da komplett raus. Bedeckt. Warum sieht das Ding dann aus wie so'n alter, ausgebissene ... 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